Das Tiergewicht ist ein wichtiger Indikator für die gute Entwicklung eines Kalbes. Viele Landwirte haben aber Probleme, diese Gewichte zuverlässig zu erfassen. Meist fehlt die Zeit, oft aber führen auch technische Hilfsmittel wie Tierwagen. Die Integration der Tierwagen in einen Tränkedomaten war eine der Gründungsideen der Firma Hormlaue vor über 30 Jahren. Schnell haben wir festgestellt, dass das tägliche Wiegen der Kälber an der Tränkestation enorme Vorteile bietet. Der Kalfexpert sammelt bei jedem Besuch viele Daten und die Kälber werden nicht gestört. Dadurch sind die tätigen Zuwachsraten sehr genau und jederzeit verfügbar. In Verbindung mit der Kalfguide App oder direkt am Automaten kann man anhand von Alarmlisten Kälber erkennen, die Gewicht verlieren. Das geschieht oft ein bis zwei Tage, bevor sie weniger Milch trinken und dann verspätet auf der Alarmliste erscheinen würden. Jetzt kann man diese Tiere direkt am Automaten mit Elektrolyten versorgen, ohne gleich scharfe Medikamente einsetzen zu müssen. Ein weiterer entscheidender Vorteil der Tierwagen am Kalfexpert ist das Tier individuelle Abfüttern. Über die Tagesinnahmen erkennt der Automat Kälber, die in ihrer Entwicklung zum Wiederkäuer weiter sind als der Rest der Herde. Diese Kälber können früher von der Milch abgesetzt werden. Dadurch unterstützen wir die natürliche Entwicklung der Kälber und der Landwirt spart Geld. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kostenvorteile im Vergleich zur Abförderung nach Alter schnell bei 10 Euro pro Kalb liegen können. Durch diesen Kostenvorteil macht sich die Waage in ein bis zwei Jahren bezahlt. Begrüßet 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 Untertitelung des ZDF, 2020